Ganz tolle Angebote finden die Teilnehmerinnen bei Wegweisend am Samstag in der Kölner Usulinen Schule. In den unterschiedlichsten Workshops lernen sie etwas für ihren eigenen Lebensweg. Vom Leben in der Box bis hin zur guten Organisation von Pressearbeit. Aber auch die krummen und geraden Wege anderer werden vorgestellt. Aus einzelnen Workshops berichten wir später noch. Dieses Video soll Appetit auf mehr machen. Wir sind jetzt hingelaufen. Macht es vielleicht mit euch selber aus. Ja? Das ist da, wenn ich noch mal gerne kann. Ach so. Ja. 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 Ja.